Ja, also mein größter Punkt war Mobbing. Also ich bin Dominik, ich bin 23, ich bin derzeit Schüler, ein Thüringen-Kolleg und hole mein Abitur nach. Ich bin 2008 mit meiner Familie nach Baden-Württemberg gezogen, also von Sachsen-Anhalt. Ich kam dann auf eine absolute Dorfschule. Ja, ich habe stark Dialekt gesprochen und meine neuen Schulkameraden in Baden-Württemberg natürlich auch, es ist eine Dorfschule. Und die erste Zeit war erstmal so ein typisches, man hat sich halt wirklich nicht verstanden. Als ich dann in die weiterführende Schule kam, da ging das dann los, wirklich mit dieser Ausgrenzung, dass man im Sportunserricht als letztes ausgewählt wird, auch wenn man diese jeweilige Sportart relativ gut kann. Man hat mich meistens nicht mit einem Vornamen angesprochen, sondern ich war halt Ossi. Das Ganze zog sich halt durch, durch meine gesamte Schullaufbahn. Und in der fünfte, sechste Klasse hatte ich eine Lehrerin, bei der ich wirklich sagen muss, dass die in diesem ganzen Mobbing-Tool noch mitgemacht hat. Das war auch wirklich so eine, die auch Probleme hatte mit diesem typischen Ost-West-Ding. Sie war einfach Teil des Problems. Probleme hatte ich dann vor allem halt auch damit, dass ich von vornherein immer der Meinung war, dass ich, wenn ich in irgendeine neue Gruppe kam, dass die mich nicht mögen, dass ich dort nichts zu suchen habe quasi. Und ich dadurch immer Probleme hatte, mich irgendwo anzuschließen, weil ich mich halt dann auch von vornherein immer schon aus Schutzreflex am Rand gehalten habe, bloß nicht in die Gruppe hinein. Und das wiederum bringt dann natürlich auch wieder Aufsehen. Die gerade Kinder wundern sich dann, ja, hä, was ist denn das? Warum ist der immer so allein da? Ich merke das auch teilweise auch bis heute. Ich habe auch, als ich dann jetzt hier am Kullig angefangen habe, Probleme gehabt, überhaupt erst mal in die Klasse reinzufinden, weil ich auch da von vornherein, auch wenn ich wusste, dass es eigentlich Schwachsinn ist, zu glauben, dass die mich hassen. Aber man fühlt sich halt so. Emotional ist es bei mir teilweise oftmals schon zu Wut ausartet. Das ist eines der Hauptpersonen, die damals in diesem ganzen Mobbing mit dabei waren. Ich habe ihn angegriffen. Ich habe ihn tatsächlich die Nase gebrochen auf dem Schulhof. Das ist jetzt nicht so, dass das Mobbing danach aufgehört hat, aber es wurde deutlich weniger. Dann wurde es eher von diesem, dass man mich ausgelacht hat, dass man mich beschimpft hat. Wirklich zu dieser Ausgrenzung, zu diesem, man hat mich einfach machen lassen und man hat mich mehr oder weniger schon fast ignoriert. Ich hatte dann ein Gespräch beim Direktor und der hat mir dann natürlich schon versucht zu helfen. Es gab im Anschluss auch einen Schulsozialarbeiter bei uns in der Schule, oder auch mit dem habe ich mich immer wieder mal unterhalten gehabt. Ich habe ihnen sogar dabei dann geholfen versucht. Also andere Schüler, die gemobbt werden, die konnten dann quasi sich mit mir treffen, sich mit mir unterhalten, weil sie halt wussten, dass es eine Person, die halt dieselben Probleme hat und man konnte sich dann gegenseitig, ich sage mal, Tipps geben. Natürlich, auch wenn ich, wie gesagt, irgendwann den gewaltsamen Weg gewählt habe, wirklich habe ich davon auch einmal abgeraten. Was mir auch sehr geholfen hat, war die Jugend in der Kirche, weil das wirklich auch so ein Punkt war, wenn wir irgendwelche Jugendveranstaltungen hatten. Und das war für mich anfangs, war das für mich auch sehr überraschend, wenn ich dann dahin kam und erst mal von vornherein immer auch davon ausgegangen bin, dass ich hier nicht gewünscht bin und dass ich absolut außen vor stehe und dass es da eben plötzlich eben nicht so war. Dann waren halt Leute, die dann auch mal auf mich zugekommen sind und so, hey, yo, warum stehst du mal nicht am Rand? Komm doch mal mit rein. Nach meiner Schulzeit habe ich eine Ausbildung im Fitnessstudio angefangen, war so mit permanentem Kundenkontakt und die Zeit hat mir doch schon geholfen, weil ich da auch einfach gelernt habe, auch auf Menschen zuzugehen, eben nicht nur am Rand zu stehen, aber ein Stück weit hat das in dem Sinne Schäden hinterlassen, dass ich halt bis heute mich aus Gruppen versuche und bloß nicht in die Mitte, bloß nicht in die Aufmerksamkeit. Ich war halt diese Person, die sich halt weggeduckt hat. Wenn jetzt jemand irgendeinen dummen Kommentar zu dir bringt und du in der Lage bist, da direkt drauf zu antworten, irgendwas, dann denke ich, das könnte einem schon helfen. Das Einfachste ist halt wirklich, mit Eltern darüber zu sprechen, mit Lehrern darüber zu sprechen, auch wenn man sich immer bewusst sein muss, dass die meisten Lehrer und die meisten Schulen vor allem damit halt überfordert sind. gewaltt. Wie geht das? Und wir müssen die meisten Lehrer und der Zeit Die Musik an,